Ja, Bernd Hollerbach, der Spielplan ist raus. Natürlich kann man sich nichts wünschen, aber man kann sich mit Dingen anfreunden. Ich glaube, der Spielplan ist jetzt ganz in Ordnung. Erstmal auswärts in Braunschweig, dann zu Hause gegen Kaiserslautern, dann nach Heidenheim. Das klingt doch ganz ordentlich, oder? Ja, das klingt sehr ordentlich. Ich denke, ich habe ja gesagt, in der Liga gibt es noch gute Mannschaften und Braunschweig ist eine top Mannschaft. Dann das erste Heimspiel gegen die Traditionsmannschaft wie Lautern. Ich glaube, es wird eine tolle Saison. Das erste Spiel in Braunschweig, dann kommt Kaiserslautern und dann geht es nach Heidenheim zu deinem Ex-Klub. Ich glaube, viel besser hätte es fast nicht laufen können aus deiner Sicht, oder? Ja gut, aus mir ist die Spiele genannt. Natürlich freut man sich auf ein Wiedersehen in Heidenheim. Es ist allerdings auch schon vier Jahre her, dass ich da gespielt habe. Aber wie sagt man, so schön, man sieht sich immer zweimal im Leben. Hast du da, klingt, als ob du noch eine Rechnung offen hättest? Nein, keine Rechnung. Ich habe noch ein paar Bekannte dort, Freunde. Auf die werde ich dann noch treffen, spiele noch ein, zwei in der Mannschaft. Und ja, ich freue mich dann einfach. Gibt es ein Spiel oder zwei, drei vielleicht, wo du dich besonders darauf freust? Oder sagst du eigentlich alles geil in der zweite Liga? Das hätte uns ja so erst mal keiner vorher zugetraut. Ja gut, ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei. Und ich freue mich halt jetzt auch für die Region, für die Würzburger, dass wir jetzt mit Kickers Würzburg zu Hause so ein Spiel haben, wie gegen Kaiserslautern gleich, so ein Traditionsklub. Und ich freue mich eigentlich immer auf den Fußball, ob es jetzt oben war, wenn man, was weiß ich, gegen Valencia gespielt hat oder gegen Juventus Turin. Da freue ich mich genauso jetzt, wie wenn wir gegen Heidenheim spielen. Ich freue mich mit der Mannschaft, mich mit anderen Teams zu messen. Und ich freue mich halt für die Würzburger, für die Region, für unseren Verein freue ich mich, dass wir jetzt so tolle Spiele erleben dürfen als Bogenspiele und nicht als Freundschaftsspiele. Ich freue mich.